Hallihallo Hallöchen Wir haben aber auch kein Gesundheitsmäht mehr am Stadt Ah, ist krass, dass die nur zwei Minuten halten Das ist echt sehr, sehr wenig Na guck mal, jetzt wo wir ihn trinken, geht das Ding hoch wie Sau Verliert das dann über Zeit einfach an Wirkung, oder? Wie darf ich das verstehen? So, geblockt, okay, dann zieht's doch nicht so viel ab Jetzt müssen wir ordentlich drauf einprügeln Und wegrennen So könnte es was werden Wir haben jetzt natürlich weder Eiktür noch ausgeruht Das ist ein bisschen das Problem, wenn man's gleich hintereinander probiert Ha, geil Durch den Baumstamm erschlagen Auch nicht schlecht Aber alles andere ist noch aktiv Die Ausdauer ist es halt bloß Wäre halt die Frage, ob Eine Bärenmarmelade Sinnvoller wäre als das Fleisch Da haben wir halt mehr Ausdauer, aber weniger Leben Ich bin jetzt halt erstmal auf die Taktik hier gegangen Weil ich's irgendwie als schlauer empfunden hab Okay Das hat doch aber doch gerade abgezogen wie Sau Aber ich hab doch Ah, vielleicht hat die Ausdauer nicht gereicht Aber vor uns hat's gefühlt nicht so viel abgezogen Ausdauermäht ist gleich leer Und unser Gesundheitsmäht Gefühlt macht er dann nach einer Zeit gar nichts mehr Schaut doch mal, das steht auf 22 Vorhin hab ich den getrunken Da ging's ja direkt die Rakete ab Die Post ab Jetzt haben wir 24 Leben Ich kann nichts essen Der Med ist aktiv Und es passiert nichts Was ist denn das für ein Mist? Mich wundert halt auch dieses Kreuz da oben Aber ich hab ja auch bei anderen Wo ich's mir jetzt angeschaut hab Ist das überall so Also es muss ja möglich sein Mehrere Meds auf einmal zu nehmen Ah, schaut mal Wir haben gar keine Leben Ah, doch jetzt mal drei Cool Übertreib's doch nicht gleich Ach, es ist halt ein Mist Auch ein bisschen schade Dass man nicht vorher anderes Essen noch nachwerfen kann Und ich jetzt einfach sage Hey, komm, ich hau mir jetzt noch ein Süppchen rein Ah, schaut doch mal Wir haben Ach, wir sind gleich wieder tot Wir sind Ach, das brauchen wir nicht versuchen Wo ist die Lebensregeneration? Ich verstehe das nicht Jetzt ist sie natürlich weg Jetzt hau ich eins rein Und jetzt sehen wir Zack, geht das ab wie Sau Aber ja, Gesundheit über Zeit Ah, ich glaube, ich hab's verstanden Das heilt einfach einmal diese 75 hoch Und dann ist Schluss Dann musst du halt warten Bis die Zeit vorbei ist Damit du neun trinken kannst Das ist nicht über zwei Minuten Die Zeit Ach, das ist aber auch Schwachsinn Wie machen die anderen das? Ich verstehe das nicht Schau doch mal Was hier schon wieder für eine Armee rumrennt Wir haben dem so wenig abgezogen Der hielt sich bestimmt gleich nochmal Ach, ich hab echt keine Ahnung Was wir machen sollen Wirklich so überhaupt nicht Ja, da hinten kommt der nächste Es hört halt auch einfach nicht auf Man hat gar keine Chance Zu dem Knochenwand zu gehen Keine Ahnung Ob wir das jetzt schaffen Oder ob ich's abbreche Ich bin mir so unsicher Weil ganz ehrlich Der hat sich schon wieder geheilt Der ist fast voll Wir sind eigentlich die ganze Zeit Nur am gucken Dass wir's irgendwie überleben Wir haben schon wieder Nur noch 4 und 4 35 Leben Ach komm Kommt Das bringt alles nix Ja, wir sind gleich tot Bestimmt Wenn's irgendein Skelett jetzt Ja, 5 Leben Und das Gift Ja, das Gift Ach, kommt Gut, wir lassen das Es ärgert mich ohne Ende Wie kann man denn Den Gegner so schwer machen Vielleicht ist es aber Einfach nicht gedacht Zum Solospielen Ich weiß es nicht Ich versuche nur Irgendeinen Grund zu finden Warum ich hier so schlecht bin Ja, bessere Mäts Kann ich nicht brauen Sehr gesunder Mät Ist das Beste Aktuell Lebenstechnisch Naja, vielleicht müssten wir Lebenstechnisch noch ein bisschen Hochkommen Vielleicht sind die Was haben wir? 120, 130 Vielleicht ist das einfach Viel zu wenig Wir können aktuell aber auch noch Kein besseres Kein besseres Essen brauen Es gibt dann später noch Coolere Sachen Also effektivere Sachen Da braucht man aber eine Mühle Und die kriegt man glaube ich Erst nach dem vierten Boss oder so Dann kann man so Gersten Zeugs da Produzieren und Noch coolere Essen machen Aber sonst wüsste ich nicht Wie wir da noch höher kommen sollen Ja, also Definitiv Ich probiere es nicht nochmal Weil wir sind jetzt wieder Zweimal gestorben und Das macht auf Dauer auch einfach Kein Spaß So, Moment Jetzt gehe ich aber nochmal zurück Jetzt holen wir uns nochmal Fix was zu essen Dass wir hier nicht komplett Nackt reinrennen Also nackt trotzdem Aber Zumindest mit ein paar Lebenspunkten mehr Ja, also Keine Chance Ich weiß nicht wie man es machen soll Da kommen zu viele kleine Gegner Gegen die man einfach Dauerhaft Also mit denen man dauerhaft Beschäftigt ist Ja, geil Hier haben wir natürlich gar nichts Hier können wir uns ein paar mitnehmen Ja, super Naja, machen wir es zumindest mal so Ich meine klar Wir hatten jetzt den Ausgrußskill nicht Wir hatten eine Eiktion nicht Und so weiter Aber selbst mit mehr Ausdauer Wären wir auch nicht sehr viel weiter gekommen Ich finde das halt mit den Mets sehr sehr doof gelöst Ich hätte gedacht Man hat halt über die zwei Minuten Einfach eine Regeneration von Keine Ahnung Drei Leben Alle zwei Sekunden Oder irgendwas Aber es heilt halt nur einmal Diese 75 hoch Die es macht Und danach ist halt Schluss Ah, geil Wir haben 31 Leben Ja, und dann ist halt Schluss Und dann Meistens Ja, ist das ja sowieso Ganz schnell vorbei Weil wir so viel Schaden kriegen Und dann musst du nochmal wieder Anderthalb Minuten warten Wenn ich überlege Was das für eine Arbeit ist So ein Mets zu brauen Was wir alles sammeln mussten Zwei Tage Brauchst insgesamt Zum Fermentieren noch dazu Bin ich ein bisschen enttäuscht von So, jetzt müssen wir mal schauen Ich renne hier schon wieder Viel zu mittig Ich haue jetzt auch Eiktür an Hauptsache wir kommen hier ganz schnell Zu unserem Lootum wieder zurück Ja, ist doch gut Irgendwo hier muss doch unser Tod sein No, wir sind viel zu weit rüber gelaufen Ah, Schlundi Ah, auch noch schön hier im Dunkeln, ne Wieder optimale Voraussetzungen Aber ich konnte gerade kein Feuer anmachen Weil wir kein Holz mehr hatten Ach ja Naja Es lässt sich nicht ändern Wir brauchen noch mehr Vorbereitung Bin mir halt nicht sicher Ob man jetzt Also prinzipiell Wir können ja den Mets Des Frostwiderstands herstellen Bedeutet Wir können ja prinzipiell Auch erstmal in die Berge gehen Weil es heißt ja auch überall Das Knochenwand ist der stärkste Ist Vielleicht lassen wir den erstmal aus Gehen in die Berge und so Und gucken mal dort Dass wir da weiter kommen Und wenn wir dann am Ende Noch bessere Lebensmittel haben Wo wir, keine Ahnung 200 Leben haben Dass wir uns dann hier nochmal ran versuchen Aber es ist schon sehr, sehr deprimierend aktuell Ich hatte sehr viel Hoffnung auf die Waffe gesetzt Ich muss auch sagen Die Waffe ist prinzipiell geil Die macht ordentlich Schaden Ist trotzdem einhändig Und man ist noch relativ flink damit unterwegs Also Mit der Waffe wäre es auf jeden Fall machbar Aber Wir brauchen mehr Leben Oder Keine Ahnung Irgendwas müssen wir auf jeden Fall verbessern So Jetzt steht er natürlich Direkt an unserem Grab Ja Perfekt Mach dein Gift Ich hole mir mein Zeug Äh Shit Ich glaube wir müssen Giftwiderstand reinkloppen Obwohl aktuell Na ist das gerade der Honig Oder was gibt uns gerade so viel Leben Wir haben oben nichts weiter Jetzt mal gucken Wenn der Honig gleich weg ist Da ist er fast leer Ob es daran liegt Ah das Problem ist Der Honig macht halt ansonsten so wenig Der hat zwar gute Lebens Generation Ah ich laufe Ich laufe natürlich komplett in die falsche Richtung Na geil Ah wir ziehen uns jetzt erstmal unseren Shit hier an Ich bin ja schon mal froh Dass wir das geschafft haben Weil ein Pfeil hätte gereicht Von so einem Tworga Und wir wären tot gewesen So sind wir jetzt richtig Jetzt sind wir richtig Schnell raus hier Wieder zurück in die Heimat Und dann schließe ich mit dem Thema Knochenwanst Vorerst erstmal ab Ich denke mal Dass das zu zweit Auf jeden Fall Um einiges geiler ist Dass sich dann einer Um die kleinen Viecher Obkümmern kann Der andere Oh ein bisschen Holz Hat er uns gehackt Ja der andere Kümmert sich halt um ihn Oder wie auch immer Wahrscheinlich Wird er auch stärker sein Ich weiß nicht Ob das Spiel so ist Ob das checkt Dass man zu zweit spielt Und deswegen die Gegner stärker macht Aber Jetzt Solo mit der Ausrüstung Die wir aktuell haben Keine Chance Also da muss sehr sehr viel Glück Mitspielen Und guckt mal Unsere Waffe ist ja sogar fast kaputt Wie wenig wir erst abgezogen haben Da geht ja zwischendrin sogar Die Waffe noch kaputt Wie soll man es denn dann schaffen Ich meine ja Wir haben jetzt zwei Versuche Damit hingelegt Aber in den zwei Versuchen Haben wir dem immer noch Nicht mal ein Viertel Von seinem Leben abgezogen Und die Waffe ist fast kaputt Also entweder müssen wir uns Fünf Stück davon machen Ja ich habe keine Ahnung Also ich gucke mir noch mal Ein paar Videos an Von anderen YouTubern Wie die das gelöst haben Ein bisschen abgucken Ist ja nicht verboten Aber so aktuell Habe ich da keinen Bock drauf Die Sache ist Es zieht sich dann halt Auch immer Ewigkeiten Jetzt müssten wir eigentlich Schon wieder Metzbrauen Weil wir haben schon bloß Noch einen sehr gesunden Met Drei geringe Ausdauer Die würden auch nicht ausreichen Der Giftwiderstand Der würde reichen Der hält halt lange Jetzt müsste ich schon wieder Sachen suchen Vielleicht haben wir auch noch genug Aber wieder neue machen Und wenn es dann wieder nicht klappt Wir verbrauchen hier Unsere kompletten Ressourcen Das ist irgendwie alles Ganz schön Mist So wo ist denn Hier vorne ist Brot Ach ich freue mich Erstmal dass wir es geschafft haben Unser Zeug wieder zu holen Und wenn wir dann hier Aus der komischen Gegend Endlich wieder raus sind Ich habe hier gar keinen Bock mehr drauf Ehrlich nicht Mal schauen Vielleicht können wir uns auch noch Was cooleres machen Als den eisernen Streitkolben Vielleicht Es wird ja noch Gold geben Und Schwarzmetall oder so Wenn wir den erstmal auslassen An einer anderen Stelle Weiterspielen Ach na klar Weil wir jetzt einen So ein scheiß Eisen haben Ach ganz ehrlich Ich werfe es hier hin Da baue ich jetzt nicht Extra eine Kiste für Dann machen wir jetzt erstmal kurz Unser Inventar leer Können alle mal in die Ecke heulen Dass wir es wieder nicht geschafft haben Und ja Dann weiß ich auch noch nicht So Pilze Wir haben auf jeden Fall Eine ganze Menge Pilze Das war kein Pilz Wir haben hier Innereien und Blutsack Was haben wir denn hier Drei Schleimling Trophäen Haben wir noch gar keine von Wir haben aber auch keinen Platz mehr Das ist ein bisschen doof Was war das hier unten nochmal Das war Schlamm Das hatte ich bestimmt Bei Sonstiges mit drin Ach da ist schon Schleimlinge Trophäe Okay Das weg Knochen haben wir auch noch Das hatte ich mit Bei Samen drin Holz können wir auch Erstmal wegpacken Die Mates können wir ja Prinzipiell erstmal ein Na obwohl Ich pack die mal mit hier In die Ne Ganz unten links Nehmen wir die mal Als sonstiges Kiste Dass wir uns merken Dass das da drin ist So Dann haut das zumindest Erstmal hin Ja der Honig macht 5 HP Das ist natürlich Schon nicht ohne Aber das macht 2 HP Das macht 3 Das macht auch 2 Also sind wir bei 7 HP Das Problem ist Das macht halt 20 Gesundheit 20 Ausdauer Und das ist Eigentlich Ne das ist zu wenig Da müssen wir entweder Noch was cooleres Herstellen können Oder finden Dass wir es herstellen können Oder naja Ich will jetzt nicht Groß weiter drüber Philosophieren Fakt ist Das Thema Bleibt jetzt erstmal Oder wir legen Es erstmal beiseite Und gucken mal Ob wir irgendwann An anderen Stelle Cool weitermachen können Prinzipiell Waren ja auch die Goblins Ganz geil Hatte ich mir das gespeichert Ach hier eben Dann hatte ich geschrieben Genau Vielleicht gehen wir da Mal ein bisschen rumlungern Was die noch so Auf dem Kasten haben Haben wir ja auch nicht Direkt die beste Erfahrung Gemacht mit denen So das Noch einen Honig rein Dann soll es erstmal reichen Wir müssen hier unbedingt Mal noch ein Tor bauen Ich hatte eigentlich In Erinnerung Dass ich es schon gebaut habe Aber anscheinend Doch nicht Habe ich natürlich Das Holz weggepackt Also wir werden das Turm abbauen Dann gucken wir mal Dass wir für den Kohlenmeiler Noch einen besseren Platz finden Unser Feld Müssen wir auch mal Wieder bestücken Und dann wird die Folge Auch schon wieder rum sein Und dann Werde ich nach der Folge Mich nochmal ein bisschen Informieren Wie wir denn irgendwann Mal gegen die Knochenwands Ankommen So Da ist eins Da ist zwei Ja Zwölf Holz Und wir haben vier Habe ich hier noch Irgendwo was Ich habe eine Treppe Die ich wegreißen kann Hier hat mir Zwei Holz gebracht Na das Ding Wollen wir eh mal Noch umbauen Dann reißen wir jetzt Erstmal hier oben Das Zeug weg Jetzt haben wir Zehn Ne acht Vier Holz Brauchen wir noch Ein Holz Drei Holz Fünf Holz So jetzt sollte es passen Dass hier erstmal Das Tor wieder rankommt Sehr schön Ich weiß nicht So eine kleine Steintreppe noch Wir konnten doch Mittlerweile eine bauen Steinstufen Das ist eigentlich noch Zu hoch Es dockt leider Auch nicht an Na so dockt es an Aber es ist trotzdem zu hoch Ne das passt leider Nicht hin Mal gucken ob wir das Später noch schöner machen Irgendwie werden wir das Schon noch verbessern So der Kohlenmeiler Oh hier habe ich gar Keinen Stein drunter War wieder schöner Fusch am Werk Wo haben wir den Kohlenmeiler Hier Ich würde sagen Den packen wir uns Hier erstmal in die Ecke Weil das Ding Sieht halt einfach Mega hässlich aus Vielleicht können wir das Später mal irgendwie Cool hier im Berg Mit integrieren Dass wir das da mit Reinbauen oder so Aber hier in der Ecke Stört er zumindest Erstmal nicht Und dann werden wir Noch mal ein paar Mörlis anpflanzen Wo haben wir es? Samen Habe ich den Dings einstecken Den Flug Natürlich nicht Wo haben wir ein Werkzeug? Hier oben Da ist er versteckt Und dann gucken wir Noch mal nach dem Streitkolben Ob wir den vielleicht Auch noch irgendwie Verbessern können Und das wäre mal Schön gewesen Stangenwaffe Das zählt wahrscheinlich Nicht als Stangenwaffen Oder? Ist das eine Schlagwaffe? Eisner Streitkolben Bizzack nicht Schwert er nicht Ich hätte halt gesagt Stangenwaffe Steht das irgendwo? Einhändig Blablabla 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 Nö Naja wir klopfen damit mal ein bisschen rum wir haben ja eh wieder 10% verloren aufgrund des Todes und dann gucken wir mal was da steht als was das zählt dass wir das demnächst auf jeden Fall ein bisschen hoch trainieren und eventuell das Teil noch auf Stufe 3 kriegen aber ich glaube auch dann sind wir immer noch ganz weit davon entfernt den irgendwie zu besiegen ich denke es liegt an unseren Lebensmitteln wir brauchen bessere Lebensmittel wo wir vor allem mehr Leben haben und vielleicht auch ein bisschen mehr Regeneration das Problem ist halt wenn wir neue Sachen futtern dann ist das nur die ersten paar Sekunden so dass wir da ordentlich Leben von kriegen und dann hängen die uns aber Ewigkeiten im Bauch und bringen aber gar nichts mehr das ist halt ein bisschen doof so gefühlt zumindest mal schauen wir kriegen das schon irgendwie noch hin so dann ist das Feld auch wieder gut wir müssen mal gucken ich will hier noch ein bisschen Steinumrandungen hier wollte ich eigentlich auch ein Hochbeet draus machen wegen Rücken und so ihr wisst es Samen rein damit das muss man dann früher oder später mal noch zumachen aber dann müsste ich den Steinmetz jetzt erstmal noch umbauen da habe ich gerade weniger Lust drauf Folge ist sowieso gleich vorbei dann würde ich sagen irgendwas hatte ich noch im Kopf was wollte ich denn noch machen ich wollte mir die nächste da oben holen mit einem Longshot hab ich getroffen hey cool komm die holen wir uns noch schnell wenn wir richtig cool sind können wir den Kohlenmeiler jetzt als Ausstieg benutzen jawohl so wo war das Biest irgendwo hier stand's doch höh das müsste doch auch eigentlich funkeln ach komm schon versau mir nicht das Folgenende jetzt hab die doch gerade erwischt die stand doch irgendwo hier ah hier da haben wir den nächsten Schwanz so dann machen wir erstmal an der Stelle Schluss es tut mir wirklich sehr leid dass wir das nicht hinkriegen aber ihr seht selber es ist nicht so easy und bevor wir noch tausendmal sterben probieren wir das einfach später nochmal morgen geht's weiter bis dahin macht's gut bis dahin 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 bis dahin